Hallo, ich begrüße euch auf unserem Kanal Mimi und WC. Heute bin ich mit euch auf dem Lauberberg bei der Antonius-Kapelle. Das Wetter ist wohl nicht so toll, aber die Antonius-Kapelle ist in der Nähe von Höchstadt, Sterbersdorf. Und da gab es im 13. Jahrhundert eine Seherin, eine Sibylle Weiß. Übersetzt heißt es Weiße Frau. Laut Legende hat sie vor über 700 Jahren Kriege, Eroberungen von Luft, Land und Wasser hervorgesagt. Und da haben wir das Grab. Die Prophezeiung von der Sibylle Weiß heißt wie folgt. Es kommt die Zeit, wo Weibsbilder wie Mannsbilder rumlaufen, Eisenungeheuer durchs Land brausen, Wägen ohne Zugdier fahren und Riesenvögel mit Menschen durch die Luft fliegen. Da haben wir das Grab von der Sibylle Weiß. Vor ihrem Ende ist, als sie gesagt haben, meinen Laich legt ihr auf meinen Esel. Lasst ihn gehen, wohin er will. Er wird mich zur Antonius-Kapelle tragen. Und anscheinend hat er das auch gemacht. Die Angaben waren auch, dass ich so nah an der Kapelle begraben werden möchte, wie möglich. Da geht schon die Mauer los von der Kapelle. Diese Antonius-Kapelle, die wurde 1489 zum ersten Mal erwähnt. Durch die Kriege wurde sie dann zerstört und instand gesetzt wurde sie wieder 1674. Seit 1678 wurden dann wieder Gottesdienste in dieser Kapelle gehalten. Hier sehen wir die Meermauer, die das ganze Gelände umfasst. Auch ist das ein Wallfahrtsort. Und immer an Antoniustag wird hier raufgebilgert und die Kirche gehalten. Auf dieser Seite befindet sich dann das Gasthaus Lauberberg, der seit 1806 existiert und seitdem von Generation zu Generation weiter bearbeitet wird. Zurzeit gehört es der Sonja Dürbeck. Und die arbeitet hier mit ihrem Team ganz doll. Hier gibt es hausgemachte Kuchen, hausgemachte Salate, Blaukraut, Sauerkraut. Kommt nicht aus der Dose. Wird alles selber gehobelt und hergestellt. Zuweitern haben sie einen wunderschönen Biergang. Das hier ist der Altbestand. Hier, ihr seht, ringsherum geht diese Weermauer. Und das da ist der neue Biergarten. Mit Ausschank vor Ort. Zur Karpfenzeit gibt es natürlich auch Karpfen hier. Karpfenchips, Karpfengebacken, Karpfenfilter. So wie Wildgerichte, Wildschwein, Reh. Jetzt gehe ich mal rein und schaue mal, was Gutes gibt. Es ist ziemlich leer. Jetzt kann ich doch noch einmal schnell rein filmen. Auf der anderen Seite sitzen noch Leute. Da kann ich jetzt nicht. Das ist die kleine Wirtschaft. Die Jahreszeit sieht man auch, wo wir da sind. Februar, Fasching. Hello. Der Eingangsbereich. Da, das ist der alte Backofen. Da hat so Omas Seiten hat sie noch das Brot selber gebacken. Der Brunnen, der auch aktiv ist. Und hier seht ihr die Antoniuskapelle noch einmal. Und in dieser Kapelle ist bis 1994 auch, haben da auch noch Trauungen stattgefunden und Taufen. Das wollte die Kirche dann aber nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Der Eingang. Und da seht ihr den Backofen noch einmal. Der auch funktionstüchtig ist. Nachdem man dann gespeist und getrunken hat, kann man dann hier schön noch spazieren gehen und es wieder abtrainieren, was man sich angegessen hat. Die Region ist natürlich für ihren Eischgründer-Karpfen auch sehr bekannt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, eingeschaltet habt, eventuell einen Daumen nach oben gebt und uns abonniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss! Eure Mimi und Wessi Eure Mimi und Wessi Eure Mimi bezie Eure Mimi und Wessi Eure Mimi Himes Até? Untertitelung des ZDF, 2020